und da war ich so sauer die ganze zeit aber habe trotzdem immer versucht mit dem pferd eine verbindung aufzubauen und dann stand ich da und ich wollte streicheln keine ahnung welche taste ich gedrückt habe habe ich irgendwie dagegen gehauen oder so und das pferd von aufbäumen rannte auf einmal weg ich so scheiße was ist los ich wollte einem helfen der hat sein pferd hufen befreit auch nicht wieder billy auch ne das ist ein anderer das tischstrahl hapoin oder was es ist also das leuchtende totem wieso ist er hingekommen ist immer noch blockiert hier normales tut so ich bin aber relativ in der nähe er sieht immer so nah aus und manchmal ist es ja hohoho ich habe ihn zum ersten oder nicht zum ersten mal aber ich habe endlich mal geschafft in der 2016 ein zweites totem ist weg wir sind doch gerade weggegangen ja ja normales sonst hättest du den schnell gehört in den in den und in 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 Fuck, jetzt kommt er auf jeden Fall noch hier. Anschein. Wo ist er? Ups. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Ach da, oh oh. Oh, das war nicht schlecht. Der Perf. Achso, der Perf gut. Ja. Ihr seid ja da hinten zum Aufheben. Oder auch nicht. Aber einmal habe ich mir gut ausgetrickst, ne? Aber ihr müsst mich doch unterholen, nachdem ich gehangen habe. Äh, ja, das klappt wohl irgendwie nicht mehr. Oh, scheiße. Warum reist er doch in die Richtung, Mann? Ohoho, ey, der ist echt nicht schlecht. Ja, er lässt euch gehen. Oh, sehr geil, wenn ich glaube ich. Oh ne, er kommt zurück. Ah, super. Oh. Oh. Machst du den Jinsic, oder? Ne, ich wollte ihn eigentlich gerade runterholen. Na, ich hab's. Ich hab auch die Quest, oder? Oh, jetzt noch ein Totem. Was war's denn? Du bist komplett, ne. Ich dachte ich gerade. Du kennst ihn doch. Soll ich lieber gehen? Ich hab noch nicht gehangen. Wir haben noch vier, vier Jinsic. Sind schon da. Boah, wie hat sich das denn angehört? Ohohohoho. Oh, hei. Hey. Oh, alter. Ey, das ist so krass. Oh, was macht der? Haben wir Ruinen? Was macht der? Ne, hab ich weggemacht am Anfang. Ja. Der zweite ist jetzt durch. Und zwar jetzt nur halb, weil der eine eine kaputt gemacht hat. Boah, du Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Seid ihr da in der Nähe? Ja. Entschuldigung. Ja. Ich denke, du bist nicht. Ich brauche Heilung. Ähm. Boah, wie soll ich das beschreiben? Auf der komplett gegenüberliegenden Seite, wo du eben gehangen hast. Äh, da wo dieser Berg ist. Wo auch ein Shen ist. Äh. Der Linksberg oder was? Der, äh, von Autos. Äh. Ne, dieser, dieser Hügel. Achso. Ja, da komm ich hier gleich. Äh, zu deiner Linken, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wie, ja. Ja. Ja, einfach, äh, ein Stück noch, genau. Da zu dem Gin. Bist du bei dem in der Nähe? Scheiße. Ja, du warst bei ihm in der Nähe. Jetzt bin ich ganz tot. Ja, während ihr da gechased habt mit dem, ne? Bin ich immer rumgegangen mit dem Shen und hab dann immer weitergegangen. Geh weg! Mann! Mann! Lockt der nicht hier, ey. Ich glaub der ist so auf dich. Habt ihr ja gesehen, Papa? Nee. Das war geil. Hab ich ja schon zweimal gemacht. Ich bin hier drin an dem. In der Todesfalle. Jetzt hab ich gedacht, ich kann den einen heilen. Steht der von außen da am Fenster. Ich glaub der hasst dich gerade. Ach du Scheiße. Was macht Peter? Dreh dich nicht so schnell. Mir ist schlecht gerade. Warte noch ein bisschen durchhälst, dann kriegst du Adrenalin. Schnell! Drei! Jetzt aber nie! Zwei! Oh, jetzt hat der aufgehört! Eins! Oh, danke! Er hätte es schneller bekommen, wäre der jetzt nicht da rausgegangen. Also von dem Shen weggegangen. Aber ich probier's an dem gelben Bagger an dem Tor. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Oh, nein! Oh, scheiße! Aber das war krass. Das war echt krass. Oh, bist du da ganz tot? Ja, ja, bin ich. Ich hab das Gefühl, geht raus! Äh, das war krass. Das hat er aber verdient wirklich. Oh, Mann! Ich hätte es sogar noch probiert, beim Hillbilly dich zu holen. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist esend. Wir fuhren uns doch ins Hinterты. Wir fuhren uns doch. Wenn es ihr Daher entspility ganz unbeamutiget, späterニome da sein.